Herzlich Willkommen an der Euro-Erfahrt. Mein Name ist Irina Duscher, ich bin Professorin für Betriebswirtschaftslehre und Dekanin des gleichnamigen Studiengangs. Unser BWL-Studium ist für Sie genau richtig, wenn Sie in Zeiten der Digitalisierung mit aktuellem betriebswirtschaftlichen Know-how überzeugen möchten, sich beruflich weiterentwickeln wollen sowie ein höheres Gehalt anstreben. Mit dem Schwerpunkt Online-Marketing qualifizieren Sie sich zum gefragten Marketing-Experten. Sie erfahren, wie Sie die schnellen Kontaktwege zwischen Unternehmen und potenziellen Kunden im Internet optimal nutzen. Zudem werden Sie in der Lage sein, Ihre Online-Marketing-Aktivitäten zu messen, zu analysieren und auch zu verbessern. Selbstverständlich lernen Sie in Ihrem Studium auch die relevanten Unternehmensbereiche kennen. Sie machen sich mit dem Einkauf, der Produktion, dem Marketing, den Finanzen und den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen vertraut. Ihr erworbenes Know-how können Sie von Anfang an im Beruf direkt anwenden und so die Performance Ihres Unternehmens steigern. Ganz besonders praxisnah wird es in der Projektarbeit, in der Sie Ihr erworbenes Wissen modulübergreifend bei der Entwicklung Ihrer eigenen Geschäftsidee anwenden. Hierfür erstellen Sie einen Businessplan und präsentieren ihn vor fiktiven Kapitalgebern. Auch die für Führungskräfte relevanten Skills kommen nicht zu kurz, ob Unternehmensführung, Projektmanagement oder Change Management. Sie bauen diese Kompetenzen gezielt aus, um in anspruchsvollen Fach- und Führungspositionen entscheidungsorientiert handeln zu können. Ihr Studium an der Euroefahr ist vielseitig, denn unsere stets aktuellen Studienunterlagen sind leicht verständlich und enthalten vielfältige digitale Angebote wie Lehrfilme, Podcasts, Flashcards oder Web-based Trainings. In unseren Online-Tutorien lernen Sie zum Beispiel, wie man eine Projekt- oder Hausarbeit erstellt und sich optimal auf die Aufgaben in einer Klausur vorbereitet. Ihre Soft-Skills wie sicheres Auftreten, das Professionelle Präsentieren und die Fähigkeit Konfliktgespräche professionell zu führen, trainieren Sie unter Anleitung von erfahrenen Experten in drei kompakten Präsenzseminaren. Informieren Sie sich jetzt ausführlich auf unserer Webseite oder Sie rufen uns an. Übrigens, Ihr Studium können Sie bei uns vier Wochen kostenlos testen. Wir freuen uns auf Sie!